Irgendwie pusten, die sollen gleich pusten, weil da war irgendwas im Argen, ne? Und dann sagt eine Bulle, das stimmt hier nicht, mit einem Alkomaten oder so, was sagt die Bulle. Weil, so, die beiden Herren einsteigen, am Alkomaten fahren, ne? Und dann, weil irgendwas steht dann, Schwein, was so vorpusten ist, ne? Das ist der Alkomaten im Arsch. Die beiden haben sie mitgenommen und ihr dann weg. Das wäre auch ein Nacken gewesen. Ja, das ist vor Ort, ne? Die meisten Klops bieten das ja an. Ja, die haben auch geeignet, die meisten schon. Ja, meistens an die Konträgern. Ja, die habe ich ja auch. Ich würde oft noch nicht leben, aber...